Hallo, hier ist Dysa Paul mit dem Thema Linux. Andere Hardware-Informationen im PROS-PROC-Verzeichnis. Neben den verwendeten Hardware-Parametern finden sich im PROS-Verzeichnis noch einige andere interessante Informationen über die verwendete Hardware, die für Diagnosezwecke sehr brauchbar sind. Dazu zählen die Dateien CPU-Info, einsehbar mit CAT, CPU-Info. Alle Informationen, die der Kernel über die verwendeten Prozessoren hat, sind hier nachzulesen. Dazu zählen Prozessortyp und Modelltaktrate, Cachegröße und viele Angaben über mögliche Prozessor-Bugs. Dann die Schnittstelle Devices. Eine Liste der block- und zeichenorientierten Geräte, die der Kernel aktuell unterstützt. Neben der jeweiligen Angabe des Gerätenamens finden wir hier auch die verwendete Major-Nummer. Und am Ende noch die Schnittstelle Partitions. Eine Liste aller dem System bekannten Plattenpartition mitsamt Major und Minor-Nummern. Die Angaben werden in der Form Major, Minor, Blocks und Name angezeigt. Das war User Paul von OpenScreencast. Ciao und viel Glück! und viel Glück! Soichrande Commissioner, wir haben jetzt den 1.7-1.9-1.9-10. Zählen da zuören. 40-0-1.5-0.5-0-0.6-0.10.